Hallo und vielen Dank für Ihr Interesse am SAP Solution Manager Testmanagement. Wofür brauche ich Testmanagement? Gut, das wissen Sie. Sie wissen, es gibt Änderungen am SAP-System und die müssen getestet werden. Wenn Sie die nicht testen, dann kommt Chaos am Tag der Live-Schaltung. Der Solution Manager bietet von Haus aus ein sehr mächtiges Werkzeug, das Solution Manager Testmanagement. Das ist ein professionelles Tool, eine ganze Werkzeugbox, mit denen Sie professionell SAP-Lösungen testen können, wenn es zu Änderungen kommt. Das fängt damit an, dass es einen Plan gibt, eine genaue Struktur, wer testet was. Sie können wieder Vorlagen verwenden zur Wiedervorlage. Sie können Leute professionell in Reihenfolge testen lassen. Sie können sogar automatisierte Tests mit dem Solution Manager machen. Und das Schöne ist, der Solution Manager spricht nativ SAP, deshalb kennt er Ihr SAP-System, kann die Anwender auch genau an die richtige Stelle im SAP-System führen, damit optimal und effektiv getestet werden kann. Wenn Sie Interesse haben am Testmanagement, dann setzen wir uns am besten zusammen. Wir können Ihnen gerne mal zeigen, was alles mit dem Testmanagement möglich ist und wir können Ihnen sehr gerne ein individuelles Angebot unterbreiten, wie Testmanagement bei Ihnen im Unternehmen eingeführt werden kann. Ich freue mich auf Sie! 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 Ich freue mich auf Sie!